Hi, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die tolle Teilnahme an unserer Osterverlosung. Wir haben versprochen, dass fünf Teilnehmer gezogen werden und das machen wir jetzt. Das macht die Isabella ja. Jetzt. Nicht den Gucken. Ist doch nicht. Frau Kühn, C. Kühn, Frau Buscher, K. Buscher, Kichy, Obermatt, Frau K. Obermatt, Frau Dammitz, J. Dammitz und jetzt noch einmal, Frau Schmär, I. Schmär. Ja, dann bedanken wir uns ganz toll, dass ihr euch so toll zugemacht habt. Die Verlosten informieren wir nochmal persönlich per Nachricht und ja, bis zum nächsten Mal. Zugeschickt. Dankeschön. Tschüss.